Und jetzt fange ich hier in der Mitte an, die Rose darzustellen. Ich hoffe, diesmal ist es mit der Aufnahme besser. Weil immer wenn ich so versunken bin, fange ich an zu nuscheln und werde immer leiser. Und jetzt habe ich aber das Mikrofon direkt vor meiner Schnute. So, und ich nehme einfach nur die weiße Farbe, ja, warte, zack, mach die Spitze voll und lass es geschehen. Und umso weiter wir jetzt nach außen gehen, umso doller kannst du mit dem Pinsel draufdrücken.